jo meine leute herzlich willkommen zum fünften spieltag die UEFA Nations League geht wieder weiter Saison 20, 22, 23 und da sind die predictions zum fünften spieltag los geht's alle spiele live bei the zone heute um 16 uhr kazachstan gewinnt gegen belarus mit 3 zu 1 dann um 18 uhr lettland unterliegt moldawien 1 zu 3 und um 20 uhr 45 lettaun gegen ferrerinseln 2 zu 0 für lettaun polen unterliegt die niederlande mit 2 zu 4 dann slowakei gegen aszerbaijan 4 zu 1 für slowakei kroatien spielt gegen dänemark und entschieden 2 zu 2 dann frankreich schlägt österreich 3 zu 1 lichtenstein gegen andorra 0 zu 1 für andorra türkei spielt gegen luxemburg 2 zu 2 unentschieden und belgien gewinnt gegen wales mit 1 zu 0 so das war's vom fünften spieltag der UEFA Nations League prediction Saison 20, 1, 20 äh 22, 23 Teil 1 von Teil 2 so wenn euch das Video gefallen hat lasst ein Däumchen nach oben da vergisst kein Abo dann nimm jetzt das Glöckchen das nicht vergessen sagt gewinnt dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesen Channel und bis deiner GoodKicks Ciao so wenn euch das Video gefallen hat euch das Video gefallen hat vorhin so schnell ab wurden bis zu den nächsten Mal moi ihr könnt euch das Video gefallen hat aber ihr seid könnt euch da auf den linken an fern wir euch das Video gefallen haben es ihr habt euch euch da gerne schon sehen wenn euch das Video gefallen hat ihr habt euch das Video gefallen hat Vielen Dank.